Oh Mann, der gestrige Tag war auf jeden Fall extrem, extrem crazy, denn wenn wir uns das Ganze mal angucken, ja, wir hatten ein neues Bitcoin All-Time-High, momentan sind wir aber 5% gefallen, sogar 6% gefallen in den letzten 24 Stunden. Wir gucken es uns mal ganz kurz an. All-Time-High, gucken wir mal ganz kurz, 34.600, davon sind wir 6% runter. Die Sache ist, wir haben das gestern, wie gesagt, erreicht. Gestern habe ich kein Video dazu gemacht, weil irgendwie jeden Tag ein Video zu machen, ja, Bitcoin hat ein neues All-Time-High, ist auch ein bisschen witzlos. Deswegen haben wir es jetzt gestern einfach mal übersprungen und machen einfach heute mit den Videos ein bisschen weiter. Jedenfalls, wie gesagt, neues All-Time-High war da und bisher sind wir gut 2.500 Dollar seit dem All-Time-High runter, also 6%. Das ist erstmal ein Schlag ins Gesicht, weil ganz ehrlich gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen drauf gehofft, dass Bitcoin eben nach diesem krassen Anstieg vielleicht nicht direkt wieder nach unten geht. Das ist einerseits natürlich schade, weil ich bin ja regelmäßiger Nachkäufer und wenn ich eben am höchsten Punkt kaufe, dann ist es natürlich blöd, wenn jetzt der Preis wieder ein bisschen sinkt. Ist jetzt aber aufgrund der ganzen Profite, die ich in den letzten Tagen sozusagen, ganzen Buchgewinne, die ich in den ganzen letzten Tagen hatte, im Verhältnis gar nicht mal so schlimm. Und noch ein ganz anderer Faktor hat mein Portfolio sehr, sehr positiv, sagen wir mal, ja, beeinflusst, kann man schon so sagen. Wir gucken auf CoinMarketCap. Ethereum plus 30% heute. Damit sind wir über 1.000 Dollar. Und um ehrlich zu sein, wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir hatten das letzte Mal 1.000 Dollar, hatten wir bei Ethereum im, jetzt muss man ganz kurz ein Stückchen weiter zurückgehen, etwa Januar 2018. Und jetzt sind wir im Januar 2021. Das bedeutet, wir sind etwa drei Jahre. Drei Jahre hatten wir bei Ethereum keine 1.000 Dollar. Und sogar hier am lowesten Punkt hatten wir etwa 90 Dollar, beziehungsweise hier ist vielleicht der loweste, nö. Also das hier müsste ja der loweste Punkt in den letzten drei Jahren sein. So 80 bis 90 Dollar. Das war natürlich eine Ultra-Gelegenheit. Also wer damals schon das Potenzial von Ethereum gesehen hat und sich eben von diesem ganzen Dump, den es hier gab, nicht beeinflussen lassen hat, gesagt, ich kaufe jeden Monat Ethereum nach. Der hat jetzt wirklich sehr gute Profite gemacht. Und ich bin ja auch Ethereum-Hodler. Ich habe leider die Chance nicht zu Ultra genutzt, muss man dazu sagen, dass ich jetzt irgendwie bei 100 Dollar noch extrem viel gekauft habe. Ja, das ist blöd gelaufen an dieser Stelle. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, gerade da einfach mal 5 Ethereum oder vielleicht auch 10 zu kaufen. Einfach mal, was wäre, wenn, so mäßig. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das wäre vielleicht damals gar nicht so unglaublich dumm gewesen. Aber ganz ehrlich, das hätte auch keiner. Gut, man hätte es vielleicht spekulieren können, dass Ethereum wieder auf einen All-Time-High geht. Bis jetzt sind wir immer noch nicht auf einem All-Time-High. Das All-Time-High ist bei 1,5, 1,6 rum. Können wir mal ganz kurz gucken. 1,4. Macht auch nichts zur Sache. 24% sind wir noch weg. Ne, 26%. Ja, also diejenigen, die damals 2017 schon gesagt haben, Ethereum ist geil, Ethereum ist geil, die auch wirklich an dieses Projekt geglaubt haben und auch immer schön in den letzten drei Jahren Dollar-Cost-Average gemacht haben jeden Monat. Die haben jetzt ultra, ultra, ultra heftig profitiert. Ich war leider nicht dabei. Also ich habe auch gut profitiert, aber jetzt nicht tausende Dollar. Ist ein bisschen schade. Ich habe mir damals auch gedacht, ja hätte ich mir, also wären damals schon diese Limits quasi bekannt gewesen, dass man irgendwie 32 Ethereum braucht, um zu staken. Hätte ich mir vielleicht auch 32 Ethereum geholt. Einfach nur just in case. Aber trotzdem nice. Also dementsprechend, dass wir jetzt wieder über 1.000 Dollar sind. 30% Anstieg. Wir hatten sogar ein High von 1.150 Dollar. Ist jetzt nicht ultra heftig. Also es ist schon ein guter, sehr, sehr guter Anstieg. Aber dass wir jetzt wieder ein bisschen runtergedroppt sind, das habe ich eigentlich gemeint, ist jetzt nicht sehr verwunderlich. Ja, weil klar, es ist Ethereum. Ethereum ist nice. Aber ganz ehrlich gesagt, ich warte noch so ein bisschen auf Ethereum 2.0. Ich weiß ja auch, dass der Block Trainer, der Roman, sehr, sehr gegen den Umstieg zu Proof of Stake ist. Ich sehe das Ganze sehr positiv, muss ich dazu sagen. Weil, ganz ehrlich gesagt, wenn man das Ganze mit dem Bitcoin vergleicht. Bitcoin ist ultra heftig sicher. Das ist keine Frage. Das ist einfach eine Tatsache. Und Ethereum könnte man sagen, ja, das muss auch richtig, richtig sicher sein. Aber ganz ehrlich, durch diese Sicherheit, durch diese Miner, durch Proof of Work und so weiter, durch ein langsameres Netzwerk, kommen eben auch sehr hohe Transaktionsgebühren. Und ich denke, für das, was Ethereum vorhat, jetzt kein Wertspeicher zu sein, sondern eine Plattform für Debs und so weiter zu sein, da ist es einfach sehr, sehr blöd, wenn man halt irgendwie 10 Euro Gebühren bezahlt für eine Transaktion. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich möchte jetzt 50 Euro von dem Coin auf einen anderen Coin, also ich weiß jetzt nicht genau, irgendwelche zwei Ethereum-Tokens miteinander swappen. Da kann ich jetzt zum Beispiel Uniswap oder solche Sachen benutzen. Aber ich zahle halt trotzdem den Gas von Ethereum. Und es sind halt trotzdem viele, viele Kosten, die auf mich zukommen. Und ganz ehrlich gesagt, ich sehe dann nicht die Möglichkeit, irgendeinen Dex oder so zu benutzen auf Ethereum-Basis, wenn man halt sich dumm und dämlich bezahlt, wenn man auf anderen Börsen, wie zum Beispiel Binance hier, halt irgendwie 0,15% oder 0,3% oder sowas bezahlt für einen Trade. Also ganz ehrlich, ich finde die Entwicklung zu Ethereum 2.0 sehr, sehr gut. Ich finde es gut, dass das Netzwerk ein bisschen auf Sicherheit verzichtet. Trotzdem ist Ethereum immer noch sehr, sehr sicher. Aber trotzdem ein bisschen auf Sicherheit verzichtet, um eben hier eine schnellere Geschwindigkeit rauszuholen, um eben jetzt hier billigere Transaktionen möglich zu machen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Man kann jetzt sagen, ja, okay, dann kann ich aber meine sehr, sehr wichtigen Werte nicht mehr auf Ethereum-Basis aufbewahren. Also ganz ehrlich gesagt, ich sehe den Use Case bisher, dass man irgendwie ein Haus oder sonstige Sachen, das sehe ich einfach momentan nicht, dass man solche Sachen auf Ethereum-Basis als NFT oder sowas abbildet. Und das wird wahrscheinlich auch nicht eine ganze Weile dauern, wenn es überhaupt irgendwann mal möglich ist. Weil in Deutschland ist das mit den Regulationen natürlich auch immer so eine Sache. Das bedeutet, wenn man jetzt hier irgendwie ein Haus kaufen würde und das auf Ethereum-Basis ablegen würde, also sagt, ja, ich habe jetzt hier einen Token, der diese Immobilie repräsentiert, dann ist es ja schön und gut. Da könnte man auch sowas machen wie, ja, ich investiere jetzt in Immobilien, indem ich so Tokens rausgebe von meiner Immobilie, irgendwie tausend Stück. Aber ganz ehrlich, regulatorisch wird es wahrscheinlich noch eine ganze Welle dauern, bis sowas überhaupt legal ist oder überhaupt vor dem Gesetz gültig ist, dass dieser Token überhaupt einen Wert hat. Das bedeutet, jetzt hier irgendwelche Use Cases sich aus dem Ärmel zu schütteln, die noch gar nicht da sind, die vielleicht gar nie erlaubt werden würden, weil, dankeschön, Bürokratie Deutschland. Ja, ganz ehrlich gesagt, da nehme ich lieber Smart Contracts und spiele dann irgendwelche Spiele und lege dann irgendwelche Items auf der Blockchain ab oder ich benutze irgendwelche Dexes oder irgendwelche Swaps und wie auch immer und habe dann dementsprechend billige Transaktionen. Das ist mir viel, viel wichtiger. Stellt euch mal vor, also das ist jetzt keine Vorstellung, das ist sogar Tatsache. Ich habe mal ganz kurz in Decentraland reingeguckt, habe ich aber dann irgendwie wieder verworfen. Aber da gab es ja diese Rewards und diese Items und wenn man da irgendwie eine Kiste öffnet und dann irgendwie enorm lange warten muss, bis man die Items kriegt, die da in dieser Kiste sind und sogar noch Transaktionsgebühren bezahlt, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann hat es sich gar nicht gelohnt, weil die Items, die in den Kisten sind, sind meistens, weniger wert als die Transaktionsgebühr. Also, meine Güte, so kann es halt nicht weitergehen und es ist schön, dass Ethereum einen Schritt in die richtige Richtung macht. Ich bin gespannt, wie es mit Cardano laufen wird. Cardano hat ja auch einen Ultra Pump gekriegt, 24 Prozent, auf fast 22 Dollar Cent. Ganz ehrlich gesagt, ich sehe Cardano auch als ein tolles Projekt. Da muss man sich jetzt nichts vormachen. Der Charles Hoskinson macht mit diesem Projekt gute Arbeit. Ob das jetzt wirklich ein Burner wird, ob das Projekt ja wirklich ein Ethereum-Killer oder sogar ein Bitcoin-Killer wird, ja, das zeigt halt die Zukunft. Das kann man jetzt noch nicht wissen und ich möchte es auch nicht als das Ganze hinstellen. Habt ihr außerdem gesehen, hier oben ist immer so ein kleiner Bitcoin-Ticker. Das finde ich momentan richtig cool. Den habe ich eingerichtet beim neuen All-Time-High, also bei 34.000 vor zwei Tagen. Habe ich einfach mal geguckt, gibt es irgendwelche coolen Ticker-Apps für Mac und jetzt habe ich einfach einen gefunden. Der ist jetzt hier oben, da kann ich jetzt jeden beliebigen Coin einstellen, aber ich bin halt sehr großer Bitcoin-Fan und Bitcoin ist immer noch die größte Prozentuale Gewichtung in meinem Portfolio. Können wir mal ganz kurz reingucken, weil das Video ist jetzt sowieso gleich zu Ende. Ich lese auch noch mal ganz kurz die Percentage-Holding vor. Bitcoin ist tatsächlich 1% geschrumpft, also Bitcoin 70%, Ethereum 21% und Cardano 8%. Ja, also auf jeden Fall, davor war es glaube ich über 70% bei Bitcoin, jetzt sind es so circa genau 70%. Aber das hat einfach was damit zu tun, dass diese Coins sich einfach durchgängig bewegen. Man muss sagen, 7% beim Bitcoin ist jetzt kein täglicher Verlauf. Also sowas sieht man nicht so oft. Es kann natürlich sein, dass jetzt wieder viele Leute irgendwelche Short-Positionen eröffnen. Aber ganz ehrlich, wer sagt denn, dass bei 32.000 jetzt der Stecker gezogen wird und dass es ab sofort nur noch runter geht? Oder beziehungsweise, dass es jetzt nicht übermorgen wieder ein neues All-Time-High gibt? Oder sogar morgen? Oder sogar heute? Wer sagt das denn? Das kann ja niemand wissen. Und jetzt hier irgendwie Auge zu machen, weil irgendwie der Bitcoin um 7% heute fällt, finde ich persönlich ein bisschen doof. Ist natürlich für alle Leute blöd, die Margin Trading benutzen. Ich habe jetzt auch angefangen mit Margin Trading. Ist vielleicht keine so ultra gute Sache. Aber Margin Trading bedeutet quasi, man hinterlegt Securities oder Assets und tradet dann einfach mit geliehenem Geld. Und das finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Das finde ich persönlich sogar relativ nice, wenn man es nicht übertreibt. Also sagen wir es mal so, ich habe so einen niedrigen Hebel, so einen niedrigen Margin, dass ich sagen könnte, ja, wenn Bitcoin auf, was weiß ich, irgendwie 1.500 Dollar fällt, dann werde ich liquidiert. Also so ein Ding ist es. Ich habe da wirklich sehr, sehr, sehr viele Assets, die mich im schlimmsten Fall protecten können. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich. Also klar, ich habe immer die Finger weggelassen von Futures und von solchen Sachen war ich nie großer Fan von. Aber ich dachte mir, gerade wenn jetzt riesige Anstiege kommen, ja genau, das ist das richtige Wort, dann könnte man sowas mal probieren. Aber ich möchte jetzt keinen dazu ermutigen, deswegen mache ich auch kein Tutorial oder sowas dazu. Noch eine kleine andere Sache zu Ethereum. Habe ich letztens gesehen bei Binance. Ich bin ja größerer Binance-Fan. Es gibt hier jetzt Binance-Staking für Ethereum 2.0. Also wer da jetzt keinen Bock hat, 32 Ethereum auf den Tisch zu klatschen und eine eigene Note oder was auch immer, was man dafür braucht, zu betreiben und das eben jetzt hier, oder es kann auch sein, dass man es einfach nur an einen Smart Contract überweisen muss oder wie auch immer. Ich bin ja jetzt gerade gar nicht drin in dem Thema mit dem Staking. Ich weiß halt einfach nur, Binance bietet das an und Coinbase möchte das auch in der Zukunft irgendwann mal anbieten. Da habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen. Also schon mal an sich eine gute Sache. Binance möchte das Ganze mit irgendwie so einem B-EVE oder BATH-Token oder wie auch immer machen. Ich finde BATH ist eigentlich ein cooler Name, kann man so fast machen. Die möchten das dann irgendwie abbilden. Also wenn man jetzt hier staken möchte, sollte man sich das ganze Ding mal durchlesen, in aller Ruhe genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Ich werde es tatsächlich auch nicht machen. Aber wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, so 5% Rendite ist eigentlich gar nicht so schlecht, könnte man theoretisch sich überlegen, wenn man es denn gerne möchte und wenn man Binance vertraut und sagt, ja, da sind meine Coins sicher. Ich persönlich vertraue Binance auf einer höheren Ebene. Es ist jetzt nicht so, als wären alle meine Coins bei Binance. So ein Ding ist es. Also man sollte trotzdem noch ein bisschen auf die Sicherheit achten. Und ich habe auch immer noch einen Ledger daheim. Aber ganz ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, dass gerade die großen Börsen wahrscheinlich alle gut versichert sind und dass da die Möglichkeit ist, weil sie auch sehr, sehr wenig wahrscheinlich hier im Hot Wallet haben und das meiste eben Cold Storage liegt, dass es da wahrscheinlich keine größeren Probleme gibt. Kleinere Börsen haben da wahrscheinlich ein größeres Problem. Aber ich glaube, solche Sachen wie Binance, die jetzt schon 3, 4 Jahre im Game sind, also da sehe ich jetzt keine riesengroßen Schwierigkeiten. Sagt man es einfach mal so. Also, das war es jetzt schon wieder mit diesem Video. So ein kleines Update, so einen kleinen Überblick gab es jetzt. Ich freue mich wirklich, dass Ethereum über 1.000 Dollar ist. Aber mal gucken, momentan fällt Ethereum ja wieder. Es kann sein, dass wir jetzt gleich noch unter die 1.000 Dollar fällen. Lassen wir einfach noch 10 Sekunden das Video laufen und gucken einfach mal, wie sich der Kurs entwickelt. Mal schauen, ob wir gleich noch beim nächsten Update unter die 1.000 Dollar dippen. Ich bin gespannt, weil ich glaube es persönlich schon. Ich habe gestern noch überlegt, ja, kaufe ich nochmal bei 850 nach. Naja, hätte ich vielleicht machen können. Ob das jetzt im Nachhinein eine gute Entscheidung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Weil, wie gesagt, es kann jetzt halt auch wieder auf 800 Dollar runtergehen oder sowas. 30% Anstieg ist eigentlich nie nachhaltig gut. Oh, 4. Okay, ich bin mal gespannt. Und wenn es wieder hochgeht, beende ich das Video. Wir lassen jetzt einfach mal so lange laufen, bis es aufhört runterzugehen. Ja, 1.000 Dollar und 38 Cent. Ich bin gespannt. Ich finde es außerdem richtig, richtig toll, dass CoinMarketCap jetzt dieses Auto-Update-Feature hat, dass man eben hier nichts mehr drücken muss, nicht mehr aktualisieren muss, sondern sich einfach alles live updatet. Ist mega nice. Wer es nicht wusste, CoinMarketCap gehört ja auch Binance. Binance haben die schon vor einer Weile mal gekauft. Okay, sind wieder hochgegangen und wieder runter. Okay, perfekt. Ich wollte gerade sagen, sind wieder hochgegangen, können wir Video beenden. Aber jetzt warte ich noch auf ein letztes Update, dann ist er wirklich vorbei. Ich gehe schon mal hier oben auf den Beenden-Knopf. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Preis ist gestiegen. Wir halten uns kritisch über den 1.000 Dollar, aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Ihr werdet es ja sehen, wenn das Video da ist, wie der Preis steht. Also, bis dahin. Ciao und bis bald.